Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Ich blätter hier gerade noch die Feuerzeugtrends von diesem Jahr durch, aber darum soll es in diesem Video jetzt mal nicht gehen. Und zwar geht es heute um die Flashbang von Veko. Die gibt es dieses Jahr auch wieder im Lidl für 2,99 Euro. Zehn Stück sind in der Packung, wir gucken mal rein. So sieht das aus. Es sind Salubbombenrohre, also nur Knall ohne Effekt. Und die NEM pro Stück beträgt 1,8 Gramm. Ja, und ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal ein paar. Viel Spaß. So, also jetzt die aktuellen Flashbangs. Wir nehmen mal zwei raus und testen die. Genau, einmal anzünden. Boah, wie hoch schießen die denn? Boah, die haben wir sonst nicht so hoch geschossen, oder? Nee, der vorhin hat auch nicht. Komm, den nächsten schießen wir mal so ein bisschen quer. Willst du? Boah, okay, die schießen auf jeden Fall weiter als letztes Jahr. Sind aber, glaube ich, fast noch ein bisschen lauter, oder? Also richtig schöne Teile. Mega geil. Komm, mach mal noch einen. Ich hab voll Bock da drauf, ey. Jetzt nochmal einen gerade in den Himmel. Oh, sehr schön. Das war es schon so.